Mein Name ist Janett, ich bin 30 Jahre alt, ich habe vor zwei Jahren mein Studium abgeschlossen und arbeite mittlerweile seit knapp einem Jahr im Produktmanagement. Der Einstieg ins Berufsleben war sehr herausfordernd. Es sind viele neue Eindrücke und Herausforderungen, sowohl menschlich als auch fachlich, muss man sich da mal setteln und sie beweisen vor allem. Gerade nach dem Studium ist, glaube ich, die Herausforderung eines jeden Absolventen, dass man die finanziellen Angelegenheiten nachholt, die man im Studium nicht erledigen hat können. Dass man sich was aufbaut, dass man seine finanzielle Unabhängigkeit lernt zu genießen, das ist, glaube ich, ein großer Punkt. Man war immer in gewisser Weise abhängig von den Eltern und von diesen Studentenjobs und Praktika, die zwar Geld bringen, aber es reicht gerade fürs Leben. Aber jetzt ist man unabhängig und kann aber auch schon überlegen, wo geht es hin, kann ich für später vorsorgen, kann ich mein Geld anlegen für die Zukunft und einfach unabhängig sein. Mir ist wichtig, einen kompetenten Partner zu haben, der mir die Möglichkeiten aufzeigt, die ich habe und mir hilft, meinen finanziellen Grundstellen zu legen. Und diesen Partner habe ich in meiner Bank gefunden. Banking geht auch anders. Anders ist gut. VKB Bank